Es ist ein Katzensprung ins nächste Abenteuer, komm in die Welt von Jay. Wir ziehen Prassen vor dem größten Ungeheuer, denn jeder ist hier ein Held. Es ist ein Katzensprung ins nächste Abenteuer, komm in die Welt von Jay. Da ist super viel los. Party, Fun und fette Action. KRTL, jedes Wochenende, da könnt ihr was erleben. Heute bei RTL. RTL Soapstars 2001. Das Beste aus einem Jahr, gute Zeiten, schlechte Zeiten und unter uns. Alles echte Highlights. Einmalig, eure Lieblingsstars, ganz privat. RTL Soapstars 2001. Heute, 16.50 Uhr. Da müsst ihr dabei sein. Hast du hier so ein Kobold mit einem Glitzerstein vorbeilaufen sehen? Danke. Komm in den Zauberwald. Scharf. Protector 3D Diamond. Mit den schärfsten Schneiden der Welt. So gründlich und so scharf, dass er hinter Gitter muss. Jetzt für kurze Zeit mit gratis Pantabur. Protector 3D Diamond. Für die sicherste Nassressur aller Zeiten. Nur von Wilkinson. Gandalf, Frodo, Legolas kämpfen gegen das Böse. Der Ringgeist und sein wildes Pferd. Sammle die Figuren der Gefährten des Rings. Der Herr der Ringe. Ich spiele mit Preciosi. Das jüngste Geheimnis von Kinderüberraschung. Der Herr der Ringe. Arben, die Elbe. Wunderschön und mutig. Der Herr der Ringe. Am 19.12. im Kino. Schon heute in Kinderüberraschung. Hast du hier so'n Kobold mit nem Glitzerstein vorbeilaufen sehen? Danke. Komm in den Zauberwald. Warte auf mit Shrek. Endlich gibt es Shrek auf Video. Und auf Video und DVD kommt Shrek noch besser. Cool. Hier kommt was ganz Großes. Shrek. Jetzt auf Video und DVD zu kaufen. Leichte Nervosität in der Maulwurf Company. Das war der Startschuss. Ein sauberer Sprung. Tja, die Konkurrenz schaut in die Röhre. Jetzt ein Klankopferbahn und da ist die goldene Schaufel. Die Maulwurf Company. Alle buddeln. Einer kommt durch. Von Ravensburger. Gute Idee. Und jetzt zu eurem Job. Gläser da. Schokoriegel hier. Kinderriegel. Aber ich sehe hier nur Erwachsene. Aber auch die haben den Milch-Jeeper. Milch was? Na den Jeeper. Verlangen, ähm, Lust. Auf frischen Milchgeschmack? Genau, egal wie alt man ist. Kinderriegel hat den vollen Milchgeschmack aus fünf Milchkammern. Kinderriegel. Wenn dich der Milch-Jeeper packt. Disney's Hit Atlantis. Das Geheimnis der verlorenen Stadt. Jetzt im Kino. Bloß. Wo geht's hier nach Atlantis? Bei McDonald's fängt die Reise an. Denn dort gibt's jetzt zwölf abenteuerlustige Figuren. Eine von den zweiten sechs jetzt mit jedem Happy Meal. Bis denn jetzt. Hallo? Greg? So wie ich aussehe? Hi, Greg. Für natürlich getönte Lippen, Blistex Lipton. Jürgenst, Märchen wären nur Geschichten. Haltet euch bereit. Hier werden sie lebendig. Die Märchenprinzessin. Willkommen im Land der unglaublichsten Abenteuer. Das zehnte Königreich. Ab nächsten Sonntag, 20.15 Uhr. Weihnachten bei RTL. Vor einigen Jahren wurden vier Menschen...